auf den kanal und heute werden wir mal den sonic wir werden heute zonig ich muss allerdings gerade selber gucken wenn wir nehmen oder ich spreche jetzt nicht aus und es wäre nicht gut wenn ich das aussprechen wir nehmen einfach mal dass ich habe auch keine ahnung brauchen so heiß aber ja wir sind dann einfach mal das da okay wir müssen hier erst mal einen dropper bauen damit überhaupt kohle kassieren weil ohne gates kann man halt ja auch nichts neues kochen nehmen ja auch leider das ist ja übelst dich werbung hier unten rechts an weiß nicht ob das so kalt weiß ich nicht p350 für den nächsten dropper super dropper rainbow trader permanent rainbow handel was wir immer ist das hier die wollen mich umbringen die wollen mich umbringen dankeschön lieber rainbow was weiß ich er hat mich einfach gerettet hatten ehrenmann kurs geht raus an dem typen der hat mir einfach gerade gerettet was nirgmann ich hoffe ich vergesse das nicht und greife gleich an weil ich habe ein bisschen bock hier die leute ein bisschen ja er kennt halt echt jeden der in neugierende es sei denn er kommt jetzt zu mir und kippt mich auch das wäre nicht so leise mega dropper 600 habe ich ja auch direkt hier wieder wie man hier sehen kann würde eben ich habe kennt ihn auch diesen ein austeigen ihn will ich auch weiterspielen habe ich nämlich nicht richtig fertig macht anscheinend also ich dachte das ist fertig und habe es dann irgendwie gemacht also die nächste folge roblox teigpunkt ist jeden fall auf jeden fall in das erkennt ja ich weiß nicht wie der teig und heißen ich denke ihr wisst was sie meinen mit dem teig und auf jeden fall so mal kurz hier sparen jetzt haben wir das glaube ich leute ist regnet bei uns auch gerade richtig durchgehend durch die hände also es regnet bei uns schon seit drei uhr nachts hat mich bin ich nicht was ich da mache ja ich weiß es auch nicht auf jeden fall es regnet hier schon die ganze zeit durch also ich habe nicht so bock drauf und ganz ehrlich sagen aber ja was muss was muss das was muss das so genau und mein bruder der kommt auch neu in die schule am dienstag ist auch nicht mehr im kindergarten ja ist schon komisch komisch und ich bin auch bald aus der schule außer das läuft so könnten ja auch mal wenn du und ich weiß nicht warum ich die ganze zeit so müde bin liegt daran wahrscheinlich dass ich es so kurz vor drei uhr nachts irgendwann also als kurz vor ich meine kurz nach drei uhr nachts ins bett gegangen ist bin ja aber ist nicht schlimm so wie geht es mal hier hin weil wir haben jetzt die 3500 und kaum und sind super upgrade schade dass man hier diese diese münze nicht sieht ach so übrigens ich will auch bald ein tycoon links hier machen also ich baue auch bald hier ein tycoon aber ich meinte ich mache auch beiden tycoon spiel wird auch irgendwas hier sowas sein dass man im jahr also vielleicht jetzt nicht zonig weil das hier sind ist der tonic ich wäre gerne hier echt den zonig also die metall zonig oder hier zonig aber irgendwie ist das halt belegt hätte auch keine chance gehabt genau als sei denn ich habe mir privat selber geholt weil ich habe das geld war also es ist eigentlich nur alles hier so ein bisschen hingeklatscht muss ich sagen aber dennoch spieler spiele dennoch spielen das leute wofür sollte man sich plus 10 und plus 10 lauftempo holen weiß ich nicht ganz aber egal so wir holen uns jetzt hier mal den 3500 upgrader warum kann ich mir den ich holen ach so weil es es kostet 5000 ernsthaft jetzt ist euch noch mehr noch mehr mit dem money wir kaufen uns immer den 5000 mega upgrader jetzt brauchen wir 9000 euro dafür wir haben die 9000 euro und starten hier wieder ein kollektor weiß gar nicht warum man hier so also ich kenne es ja bei anderen die haben es ja nicht so aber können auch interessant sein definitiv so wir wollen uns hier mal diese dinge ihr könnt ja auch gerne in den kommentaren schreiben habt ihr schon mal das hier geguckt als sony geguckt ich ja also ich habe alle teile alle filme von sony geguckt und auch die serie auf netflix sony prime heißt ich glaube ich habe ich mir auch mal angeguckt ist aber eigentlich ganz nice also könnt auch gerne mal angucken würde ich hoffe 22.000 euro hätte ich gerne auch in echt nämlich auch ein besserer pc kaufen ja leute ich spare ich will mir auf jeden fall in meinem pc kaufen weil ich manche games mit diesem pc hier echt nicht so kann auch wenn der grafik irgendwie trotzdem gut ist also grafikkarte ich weiß gerade gar nicht welche drin haben auf jeden fall ist es also es ist eine gute grafikkarte aber dennoch ja irgendwie hängt dann der stream dann steht der kodierung überlastet deswegen will ich mir halt nur ein pc holen weil ich habe gebraucht pc und keine ahnung was damit gemacht wurde wenn man deswegen will ich mir auf jeden fall einen neuen pc holen aber ja das kommt noch also ja ich glaube hier gibt es dann auch mal zwei knöpfe man wo man dann halt hier ein upgrade man oder man muss tatsächlich hier bei denen diese game hier benutzen das können aber ich weiß nicht okay ich hoffe es gibt ja wirklich so leute die so reden und das ist voll behindert und ich komme jetzt in superdorfer für 17.500 euro und das kostet 25.500 kann man so rede ich schätze nicht okay ich würde sagen wir bauen jetzt hier aber mal die wände schon mal erste waren die zweite band und die dritte wand kostet mehr als mein leben spaß die dritte wand kostet einfach 2500 euro da kommt jemand auf mich zu und will mich gleich umbringen aber ich bleibe stehen und tue so als würde ich gar nichts können und er ist zu behindert hier hochzukommen wow und also behindert updates da hier nicht rüberkommen junge was so ich habe außerdem gerade die dritte wand gekauft während ich den das video nicht aber jetzt kann man hier wirklich nicht mehr drüber springen außer man ist voll in das ist dann doch ich komme ja ich habe das ist einfach scheiße okay wir sparen jetzt mal kurz auf die film und 20.000 euro und tue er schießt einfach hier rein sowieso so gut habe ich die achte okay 333.000 warum nicht man hat die ja sonst nicht ich noch auf 32.000 ok leute ich spare mal wieder auf 32.000 euro unis so leute wir haben jetzt hier 57.000 und kaum und zuerst bei den mega und das war es auch mit dem oklen was versucht er hier keine ahnung vielleicht kennt er mich auch eigentlich bin ich nicht so bekannt aber wäre natürlich lustig so bei coba 1 ahja das sind hier diese wacht die kennt man ja ne so bei lights hier medkit 2500 so dann kommen wir uns auch noch mal medkit so waffen so da steht waffen name aber dann findet sich das um aha hier ist wieder 31 würde ich glaube ich spare jetzt hier mal komplett also 20 minuten lang und wir sehen uns dann später wieder wenn ich dann hier ganz viel geld habe so leute ich habe jetzt erst mal 100.000 angespart mit denen ich reiten aber egal wir kaufen das hier erstmal dann kaufen wir das hier erstmal und dann haben wir kein geld mehr versteckt und dann kaufen wir uns den zweiten omega dropper für 55.000 und dann haben wir wieder kein geld genau leute ich muss es jetzt leider immer so machen dass ich was kaufe und dann einfach hier runter gehen und sparen aber wir sehen uns gleich so wir haben wieder 112.000 so wir kaufen uns nicht holen aber jetzt erst mal die anderen dinge die wenden jetzt weiß ich wer wir sind nerven so nicht tausend ja die fünfte war und ok wir sagen das war's mit dem video wenn es euch von anders gerne halten ab und kommentare schaut außerdem auch mein destruktor vorbei der ist unten in der video beschreibung verlinkt habt einen traumhaften tag hollande euer sanlu ciao ciao